Herzlich Willkommen zum Videoblog in 60 Sekunden. Heute geht es um das Thema Farbe im Badezimmer. Immer mehr Kunden sind mutig und offen für farbige Produkte im Wohnraum und auch im Badezimmer. Eine Chance für Sie, Ihre Kunden mit unseren neuen farbigen Bad- und Wändesprodukten zu begeistern. Den Aufsatzverstich Artis gibt es neben den Weißtönen ab sofort in 15 Farben, drei Abstufungen in Grün, Gelb, Rosé und Blautönen sowie in schwarz-grauen Nuancen. Ein weiterer Hingucker sind unsere freistehenden Badewannen in Farbe. Hier können Sie zusammen mit Ihren Kunden kreativ sein und aus den Artis-Farben sowie weitere NCS- oder Ralfarben in matt, glänzend oder satiniert wählen. Die Bestellung ist ganz einfach. Entweder Sie kreuzen Ihre bevorzugte Farbe direkt an oder Sie tragen den vom Kunden gewünschten Farbton in das Bestellformular ein. Vielen Dank für Ihre Zeit und schauen Sie gern wieder rein. Es bleibt spannend.